Ich weiß nicht, was ich mit Banama rummuehren. Oh, don't spam. Please, don't spam. I hate it. You don't need to spam. Ich brauch jetzt erst mal einen. Jetzt krieg ich eh ne Warnung, aber das Gucken hat eh nicht so viel zu. Filmen müssen zuhause sind besser. Ja, ich weiß. Guck mal, mein Pony ist auch schon wieder voll lang geworden. Der war so kurz. Jetzt ist der endlich schon voll lang. Und jetzt krieg ich gleich so eine Beschränkung. Jetzt krieg ich gleich so eine Beschränkung. Ich so. Eigentlich. Da muss ich nicht zur Seite gehen. Ich hab noch keine Beschränkung. Ich hab noch kurz, wie lange es dauert. Ich so. Ich brauch meine Hand. Du klackst auch. Man sieht nix. Äh, ne, meine Haare sind nicht abgebraucht. Die sind einfach nur stufig, weil ich mal Extensions hatte. Und deswegen, ähm, mussten die so angepasst werden. Und ich hab die bisschen stufig schneiden lassen, damit ich so einen Schnitt drinne hab und nicht so langweilig, ähm, nach unten. Ja. Ah, guck mal, da ist sie doch, die Beschränkung. Ach, jetzt ist auch egal. Schau drauf. Hallo, na? What's up? What's up? Nee, ich versuch die auch nicht so krass immer zu blondieren. Also das sind jetzt noch die Restblondierungen. Und das ist halt jetzt so rausgeweckt. Das ist jetzt alles schön raus. Außer vorne lass ich immer ein Face-Frame machen, weil ich find's irgendwie schöner. Das lässt das Ganze hell aussehen, ohne dass man alles hell gemacht hat. So, wisst ihr? So. I like it. Du bist so wüsstig, wie du solche Gesichter machst. Auf, äh, OF, äh, die Links sind auf meinem Instagram-Profil. Da könnt ihr draufklicken, dann kommt ihr eigentlich direkt zu allen Exklusivseiten von mir. Genau. Ich muss mal gucken jetzt. Soll ich meine Haare wellig machen, also so ein paar Wellen rein, oder soll ich die glatt machen? Also so glatt, ähm, so Dings-Dry, wie heißt das? Blow-Dry oder sowas? Sodass es so ein bisschen unten so gecurlt ist, aber glatt insgesamt. Also so ganz glatt steht mir jetzt nicht. Da muss schon ein bisschen Schwung drin sein, weil sonst sieht's echt komisch aus bei mir. Du siehst anders aus als sonst. Echt? Ja, ich bin jetzt auch geschminkt. Deine Haarfarbe ist perfekt dunkel an den Wurzeln der Rest. Ja, ich mag's auch. Äh, ist da noch ein Problem, wie ich das machen soll. Ah. Äh, aktuell ist nicht Kontakt zu Julien Ben, aber einfach nur weil wir, ähm, weil er super viel zu tun hat, ne? Bellen soll ich machen? Okay. Ja, einfach weil er super viel zu tun hat. Der ist halt super busy. Ich schätze, hier ist so eine Haarwürfe, ne? Ich guck mal, ob ich meine Extensions reinmach. Ich weiß aber nicht. Wenn, dann muss ich Wellen machen mit denen, weil sonst sieht man denn Übergaben. Weil die sind ja eine andere Farbe. Ich gleich drei verschiedene Farben in meinem Haar. Da guckst du. Da guckst du. Meine Extensions. Ja, vielleicht. Ich glaub, ich will irgendwas noch in meinem Auge machen. Irgendwas fehlt. Aber ich weiß nicht was. Oh, dankeschön. Das ist aber lieb. Oh, Toxic. Wie geht's? Schön, dich hier zu sehen. Wie geht's? Wie steht's? So, ich, ähm, ich guck mal. Das Ding ist halt, meine Extensions passen halt nicht zu meinem eigenen Haar. Also, es geht, ne? Wobei, es geht. Wenn ich das so richtig vermixe, dann geht's, glaub ich. Boah, guck mal, die sind voll damaged, Alter. Das muss ich erst mal schön machen. Wobei, es geht eigentlich. Doch, es geht. Es passt eigentlich. Zwar nicht perfekt, aber ich glaub, wenn man das alles so schön miteinander, dann kann ich mich schon vorstellen, dass es eigentlich ganz gut aussehen wird. Muss ich mal testen. Aber ich hatte die jetzt auch schon ewig nicht mit, oder ne? Ich weiß auch gar nicht, warum ich die eigentlich nicht benutze. Anstatt Tapes, ey. Also, Tapes will ich gar nicht mehr haben erst mal. Das müssen wir jetzt mal testen, ne? Ich muss ja gleich mal meinen Content machen, Leute. Deswegen sind wir jetzt... Oh doch, es passt schon. Doch. Doch, das geht. Das geht schon irgendwie. So. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das mache. Die kommt auf jeden Fall erst mal noch nicht rein. So. 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 Alle sind halt mehr so heller. Aber egal, das sollte gar nicht so auffallen. Wenn ich die jetzt gleich style und das alles dann drinne ist, sollte es gar nicht mehr so extrem sein. Ja, ist jetzt auch wegen dem Licht. Also die passen nicht 100%. Die sind auch gar nicht so in der Farbe, die ich jetzt eigentlich hab. Und das waren, was man damals auf mein Haar gemacht hat. Ready? Für mich kann kein Deutsch. Hey, nee, das sind die Falschen. Ich wollt die Dreier-Clips haben. Hier waren die Dreier-Clips. Und den fang ich hier mal erst mal an. Oh, dankeschön. Ja, es wird safe gut aussehen. Ich muss mich aber wieder gewöhnen, die irgendwie wieder reinzumachen, weil ich hatte das jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Und ja, ich finde, das ist schon echt schwer. Also ich finde es total schwer. Aber das ist halt so Übung nach dem Meister. Wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und das auch vernünftig macht, dann sieht es eigentlich echt ganz geil aus. Meine Friseur kann das eh am besten immer. Deswegen lasse ich mir die auch immer von ihr einsetzen und liebsten. Ich kann mich auch nicht sagen. Oh, swing those hips around, can't stop, roll back down, my ladies, short haul, thin or white, always done, ready to ride. Hey, das ist echt schwer. Aber ich hab halt irgendwie Lust auf längere Haare so ein bisschen, wie kann man das sieht direkt anders aus, krass. So, jetzt kann das hier rein. Ja, ist nicht so einfach, Leute, ne? Hallöchen!